Guten Abend. Wort Gottes von Menschen überliefert. Das ist eine Definition für die Betrachtung der Bibel, die ich im Umfeld der reformierten evangelischen Kirche gehört habe. Dabei handelt es sich selbstverständlich nicht um eine wissenschaftliche Definition, die aufgrund empirischer Beweisführungen entstanden ist und damit bewiesen werden könnte. Oder zumindest, wenn wir uns auf den ersten Teil der Aussage beziehen, ist es das nicht. Denn grundsätzlich entzieht sich die Glaubenswelt, also die Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht und ob Gott zu uns spricht oder nicht, der wissenschaftlich-empirischen Methode und kann deshalb mit der wissenschaftlich-empirischen Methode nicht geklärt, nicht bewiesen, nicht widerlegt werden. Zumindest ist das meine Ansicht nach praktischer Erfahrung und dem Lesen der Bibel, des Korans und einer Reihe von Sekundärliteratur über Weltreligion und so. Deshalb kann dieser Satz auch nicht innerhalb der wissenschaftlich-empirischen Welt sein, weil das einfach nicht geht. Es ist nicht diese Domäne. Der zweite Teil von Menschen übermittelt ist hingegen, denke ich, empirisch nachweisbar und unbestritten. Das Ganze zusammengenommen ist, zumindest das ist meine Interpretation, der ehrliche Versuch moderater Christen, modern eingestellter christlicher Gemeinschaften, eine kompatible, gesellschaftskompatible und auch realistische Einschätzung ihrer religiösen Grundlage zu finden und diese auch zu transportieren. Denn damit wird eingestanden, dass die Übermittlung in der Bibel unvollständig sein kann oder schlicht ist. Und dies legt jede logische Betrachtung der Bibel, legt das nahe. Wenn man überlegt, wie oft das übersetzt wurde, dass die Urquellen oft nicht existieren, dass sie teilweise in Sprachen geschrieben sind, die ältesten Quellen, die man hat, die eine unvollständige Schrift hatten, in der nicht immer eindeutig ist, welches Wort gemeint ist, in dem mehrere Lesarten vorkommen, etc. und über die ganze Übersetzungsgeschichte in mehrere Sprachen, die ebenfalls teilweise nicht präzise sind. Über die Präzision von Aramäisch weiss ich nichts. Die Präzision von Altgriechisch ist nicht die von Deutsch. Selbst Deutsch überlässt immer wieder Spielraum in der Interpretation. Griechisch hat eine ganze Reihe von Wörtern, die in der Bibel benutzt werden, die in der Übertragung auf Deutsch eine ganze Reihe von möglichen Interpretationen zulassen. Es ist völlig klar, dass politisch gefärbte Bibelübersetzungen existieren. Es ist auch klar, dass eine politische Färbung schon bei den ursprünglichen Evangelien stattgefunden hat, die teilweise ziemlich lange nach der Zeit geschrieben wurden, in der sie entstanden und außerdem in einer Zeitstadt geschrieben wurden, in der empirische Geschichtsforschung nicht existierte, oder höchstens in Ansätzen nach dem persönlichen Guster der Einzelnen Ausführenden, mal besser, mal schlechter gemacht wurden. Nichts alles ist, denke ich, genügend Beweis dafür, dass zum Beispiel Urteile aufgrund eines Textes in einer bestimmten Übersetzung der Bibel nicht gültig sein können. Und deshalb diese Idee. Selbstverständlich kann die Religion den Teil Wort Gottes nicht weglassen, denn eine Religion basiert auf einem Gott oder mehreren. Oder auf einem übersinnlichen Wesen, um es irgendwie so zu sagen, wenn wir ja den Betrismus mit einbeziehen wollen. Doch reden wir mal von theistischen Religionen. Die sind theistisch, Theos heisst Gott, weil sie einen Gott haben. Deshalb ist es nicht möglich, eine theistische Religion zu führen, ohne die Existenz eines Gottes anzunehmen. Doch ich glaube, es ist doch der sehr ehrliche Versuch, der auch gewiss innerkirchlich nicht leicht war, klarzustellen, dass das, was wir in Form der Bibel heute auf dem Tisch liegen haben, definitiv und eindeutig beweisbar nicht ausreicht, um Menschen zu verurteilen. Und als solches würde ich mir wünschen, dass auch religionsferne Menschen es vielleicht akzeptieren könnten. Hintergrund wie üblich. Ich habe auf diesen fraglichen Satz innerhalb der sozialen Medien hingewiesen und mich damit explizit gegen jede Form vom Fundamentalismus gewendet, ob sie von religiöser oder nicht-religiöser Seite kommt. Weil ich ganz dediziert der Ansicht bin, dass eine wortwörtliche Bibelauslegung für niemanden statthaft ist. Nicht für den Christen, nicht für den Atheisten, denn sie ist niemals gültig. Dagegen haben sich dann natürlich wieder sämtliche Seiten vehement und unter Verwendung einer nicht adäquaten Sprache gewendet, wie es in den sozialen Medien eben üblich ist. Danke für alle, die mir zugehört haben.